Herzlich willkommen bei einem neuen Passive Income Quickie. Ich möchte dir hier in 60 bis maximal 90 Sekunden spannende Strategien vorstellen, um dir ein passives Einkommen aufzubauen. Und heute spreche ich ganz kurz über das Thema Nischenseiten. Dafür starte ich jetzt hier meine Stoppe und dann geht es los. So, was sind Nischenseiten? Nischenseiten sind Seiten, auf denen du zu einem bestimmten Thema, was viel gesucht wird, zu dem es aber nicht viele werbliche Angebote im Netz gibt, eine Seite erstellst, auf der du spannende Angebote präsentierst. Das heißt, wenn jemand nach einem bestimmten Suchbegriff sucht, solltest du entweder durch organische Reichweite oder durch bezahlte Werbung ganz oben in den Suchergebnissen erscheinen, sodass derjenige, der nach diesem Begriff sucht, auf deine Seite kommt und zu deinen Angeboten weitergeleitet wird. Das kannst du natürlich auch oder vor allem auch mit Angeboten von anderen tun, sodass du dafür nicht mal ein eigenes Angebot brauchst, sondern dort auch Kurse oder Produkte von anderen Featuren und promoten kannst. Dazu ist wichtig, dass du weißt, nach welchen Begriffen gesucht wird, dass du eine Seite dafür aufbauen kannst und dass du den Traffic darauf lenken kannst. Und dann können Nischenseiten wirklich ein sehr, sehr spannendes Modell sein, um darüber Einnahmen zu erzielen. Eine Minute ist vorbei. Das in aller Kürze zum Thema Nischenseiten, um dir einen ganz, ganz kurzen Überblick zu geben, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wenn du mehr über weitere Möglichkeiten wissen möchtest, dir ein passives Einkommen aufzubauen. Freue ich mich, wenn du in mein Orientierungscoaching für passives Einkommen kommst. Den Link habe ich dir verlinkt und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.